Heute haben wir wieder verschiedene Getränke mit Mentos im Test. Als erstes haben wir da eine Vita-Malz. Ja, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Als zweites eine Apfelschorle. Auch hier nichts Besonderes. Oh, doch, jetzt noch ein bisschen was. Oh, das ist auch echt ernüchternd. So, Cola Vanilla hier nochmal als nächstes. Da muss doch mal was rauskommen. Jawohl, Vanilla geht ja richtig ab. Mh, jetzt nochmal ein Döschen Bier. Ah, ja, ja, etwas, etwas. Und zum Uterletzt noch unsere gute Flasche Robby Bubble Jungle Party. Na komm, mach ein bisschen Party. Ja, ja, nichts Besonderes.